So, Christian, willst du das irgendwann noch starten, oder? Nee, eigentlich nicht. Aber wenn es unbedingt sein muss... Dann? Oh, die Base-Od. Nein. Ha! Suus-Biest! Beast-Mode! Und hier gibt es keine Leitern, was auch immer du da machst. Ja! Achso. Letters, Letters! Was habt ihr denn mit den ganzen Zeus-Sachen? Äh, das ist ein... Bloodbomb- bzw. Dark Souls-Speedrunner. Achso. Mit einem Bart... Der einfach göttlich ist. Hast du, ich dachte immer, das wäre Kuro so von dem Bild. Ja, er hat optisch ein bisschen was von Kuro so. Ihr müsst Reis kochen. Okay, bei mir hängt gerade das Spiel. Ja, bei mir hat es auch Kuro-Göld. Ja. Wir müssen einfach Reis kochen. So. Äh, was müssen... Gut, ich stehe erst mal hier. Ich stehe mir hier. Reis kochen. Und das Sashimi-Blätter auf den Teller. Nore, komm rüber. Nore, komm rüber. Nore, komm rüber. Weil? Weil ich will das Steak hier drauflegen, damit sie den Burger machen können. Kannst du wieder gehen. Reis rüber. Ja, Reis. Sehr schön, Sam. Reis auf die Blätter. Die kleine Nudel, ey. Wie Reis auf die Blätter. Wann, was? Mir rüber, wenn der Reis drauf ist. Kommst du mir jetzt mit Struktur oder was? Loll. Hättet ihr das Fleisch gerne lieber schwarz oder rosa? Wir brauchen dann Fisch und Fleisch. Hol mir einen Burger, Meter. Den Fisch brauchst du gar nicht. Burger auf die Blätter? Ne, Burger. Ach stimmt, nur Fleisch. Ich hätte gerne das Fleisch noch vom Burger. Ja, aber der ist weggefahren. Der Fisch. So, weiter. Gut. Gut. Rot ist der Driver. Story. Story? Wir haben keinen Teller. Ihr braucht keinen Teller. Ich mach das immer direkt auf den Teller. Alles klar. Also, wenn der irgendwo ein Teller mit Blatt liegt, ich hau dir direkt den Reis drauf, ne? Das ist super. Äh... Wir brauchen noch Reis. Geht das eigentlich auf Burger? Geht das eigentlich auf Burger? Ne, geht nicht. Schickt mit den Burger rüber da noch. Aber das geht nicht. Du kannst den Reis nicht draufpacken, wenn... Warte, Burger komplett... Oh... Wie heißt das? Was ist das? Ja, sorry, Meter. Passt schon. Was? Passt schon? Affe. Ja. Alles klar. Dann Nacht. Ich bin übrigens die ganze Nacht trainiert für dieses Level. Ja. Ich bin nicht mit dem Rett. Das finde ich nicht bergschöp. Komm mal rüber Meter. Äh... Das bin ich der ersteuert. Was? Meter hinter dir der Reis. Sam. Ach, Meter acht. Otis ist bei mir. Okay, ich dachte, Meter wäre rein. Ja, Meter ist wirklich... Noch nicht sehr wach. Ich? Wieso? Weil ich so langsam laufen. Komm, lieber. Ich geb dir die Teller. Einmal und gib auf den zweiten. Brauchen wir momentan nur Sushi irgendwie. Ich würde eigentlich nur Burger machen. Macht einmal fertig. Da ist noch ein Teller oben. Reiß drauf. Hier, neben mir, gleich der Teller. Rüber, Otis. Komm. Hier nimmt noch Platz. Warte noch, Otis. Komm zurück. Nein! Jetzt. Jetzt. Hier hast du noch ein Blatt. Ich kann nichts machen hier. Komm zu mir, Otis. Noch einen Teller. So, passt. Weiter. Ich bin noch nicht wach, sagt er. Ja, Otis fliegt so an. Das ist doch... Tag, wo hört die Nier zu? Ja, einer muss ja. Jetzt ist das Kevin, der will. Zumindest haben wir das jetzt erst mal. Ach, das war schön. Das war Kevin, der will hier noch gar nicht. Also, ich war auch dabei. Ich heb meine Hand. Der Otis hat schön den Knüppel gehalten. Alles klar. Ey, wenn ich was kann, dann ist es mit Knüppeln umgehen. Weithändig? Natürlich. Geht schneller. Echt? Ja. Man hält das Ding nicht umsonst Joystick. Richtig. Ähm... Ne, hier noch kein Kevin. Das war doch bei 5, oder nicht? Ich weiß noch, was ich gestern gesagt habe. Oh Gott. Irgendwie weiß, was er gesagt hat. Okay, äh... Burger? Pizza? Keine Pizza. Burger, okay. Burger. Wo ist denn das Brot? Ich kümmere mich um die Tomate. Wo bin ich? Ich mach Fleisch. Ich hol Brot. Ich weiß, dass ich überall Brot drauf tun kann. Wo bauen wir zusammen? Wo muss es raus? Okay, Meta kümmert sich ums Brot. Äh, raus muss es bei uns drüben. Ich weiß nicht mehr, ob wir hier mittig zusammenbauen? Oder hier unten? Einmal da. Äh... Wir brauchen auf jeden Fall Käse. Beziehungsweise so. Kann jeder direkt... Ich brauche noch einmal Käse drin. Ist es fertig? Was ist fertig? Oder ist das... Feuerlöschel? Ich brauche noch einmal Käse. Okay, Käse ist raus. Meta. Käse wo? Meta hast du gerade nur Käse rausgegeben? Äh, wir brauchen noch einmal Fleisch. Fleischburger abkömmert. Gleich bin dran. Ah. Jetzt kann man nicht mehr hier hoch. So, ich brauche noch einmal Fleisch. Sam, gibst du zu raus? Was nicht? Bring, 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 bring. So. Ne, fehlt Salat. Ich brauche Salat. Auf dem Burger fehlt Salat, Cheffe. Ja, du musst mir doch nicht dir nicht bringen. So. Ich brauche für den Nimmchen. Unter Feuerlöscher. Mach ich, Sam. So. So. Tomate und Käse bringe ich jetzt für den nächsten Burger. Ach, der ist schon fertig. Gut. Dann haben wir nochmal Tomate und Käse. Jetzt ist hier Salat. Hier ist Pettig. Pettig ist drauf. Ich bringe Käse. Und noch einmal Salat auf den Burger bitte. Dann hier oben löschen. Ja, überall löschen, Sam. Eigentlich brauche ich ohne Käse die ganze Zeit. Okay. Dann habe ich auf dem... Scheiße, ich habe auf dem falschen Burger geguckt. Meta, Spüle? Das war nur ne Tomate. Leute! Doch, Mann, von vorn bitte. Ich bin nicht die ganze Zeit am Pettis braten. Ja, hat der nix gebracht. Doch, die Pettis waren ja fertig. Die Pettis waren immer fertig. Ja, die Burgerbrötchen lagen auch drauf. XM hat dann den ersten Burger halt falsch rausgebracht. Ja, Meta. Du bist vom Heißluftballon mit dem Burger gefallen. Oh, das hätte ich gerne als Clip. Voll dumm gewesen. Okay, den ersten können wir ja schon rausgeben. Dann gib ihn raus. Ich bringe Käse für den zweiten. Ich sag manchmal auch was da, auch wenn ich schon dabei bin. Es ist einfach nur so... ...damit man was sagt. Okay. Ich brauche Salat auf dem Salatburger. Äh, Käse ist schon mal. Auf dem nächsten kommt kein Käse drauf. Ich brauche Salat. Ich brauche Salat, ich brauche Salat, ich brauche Salat. Ich brauche Salat, Tomate, Fleisch. auch bürger der brüder und brüder sehr gut sein danke da fehlt jetzt nur noch salat warum kriegen wir eigentlich brennende tüchen das mal jemand hier unten kurz wir brauchen noch einmal salat auf dem bürger meta spielst du meine fresse da ist der salat nächsten brauchen wir nur käse ich kümmere mich um den käse noch mal salat und tomaten hier kommen wir wieder nicht mehr durch würde ich holen feuerlöscher wollte schon aber da fehlt jetzt aber noch mal fleisch habe ich es raus nächste nur fleisch und der nächste fleisch und käse käse ist schon drauf ich kann nicht ausliefern das war jetzt noch mal fleisch erst mal erst mal erst mal fleisch mit genau ich weiß ja ich komme nicht danke danke das war falsch okay das mittelding können wir nicht einfach dass ich auch einmal einmal nur nur mit fleisch noch mal kann mir jemand leistet ja ja ich habe schon 8 flammen drüben gelöscht der unten da das werden immer mehr da ist doch einer als nächstes noch mal mit käse alter dieses feuer das feuer ist sehr sehr nervig aber wir haben das feuer ist halt extrem nervig dass sich das so blockieren ja mann voll komplett vor oder ausgabe murica 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 wir haben adler ja nice ein adler ach gut morgen vasco sind wir auch schon wach moin vasco sind wir auch schon wach wieder unter die erde an der sieger oh gott nein oh nein oh gott nein geh ich hatte ein knüppel wieder ja jetzt jetzt wir sind nur auf der plattform und müssen von links nach rechts ach du scheiße ja ja vasco ne glaubt ihr das ähm Fleisch habe ich Fleisch und Pilze Pilze einmal Pilze ja rot können wir auf jeden fall auch den Pilz hatte ich noch nicht sorry wir brauchen Reis Reis und Trink wo macht soll man erstmal alle Teller holen oder wie machen wir das ja dann hol die Teller Meter hier so weiter oh gott was ich finde kack das jetzt gehen wir runter runter also die Pfanne rüber zum Reis scheiße auch nur Reis der letzte wir brauchen einen Teller rote unten rechts Pilz Fleisch kann jemand ausliefern bitte ausliefern wir haben kein Brotchen drauf daneben dann hier neben mir noch das Hühnchen kann raus oder ja so jetzt wieder zuerst Reis ja perfekt Pilze Fleisch Chicken ein Topf wo ist dann so extrem ist schon mal weg so also als nächstes auch mal Pilze Fleisch Fleisch ein bisschen höher noch weil Brot machen wir sowieso immer oder ja ja jetzt ist wieder weg wenigstens drei Brot Reis und dann gleich runter runter Achja wir haben einen Teller du hast einen Teller spielen Wow oben links Hol mal den oben rechts genau Meta ich muss an die Pfanne Meta Gut irgendwas haben wir jetzt vergessen oder so zu langsam aber was muss doch machen ja ist gut wieder rüber was haben wir falsch gemacht irgendwas haben jetzt falsch gemacht als erstes mal alle teller einsammeln danach reis draufpacken dann holen wir die zutaten fleisch pilze hähnchen dazwischenzeit die brote gehen wir hoch schnippeln und in die pfanne und dann raus also was jetzt neustopp ja danke also erst mal die teller einsammeln es wird hier mit struktur gekocht reis noch einmal reis einmal fleisch einmal pilz mit einem pilz hähnchen noch was drüber fleisch wieso haben wir brot nicht mit weil wir das brot jetzt noch nicht brauchen nein sorry nein super fangen wir doch mal an okay jeder kann ja in einer ecke in den teller aufnehmen das geht ja schon ab immer auf den joystick button ich bin auch immer man muss ich nebenbei auch deswegen liegt der kontroller da dreimal reis die kommen doch dreck schon hält was brauchen wir einen händel habe hast du gleich zweimal gleich auf einmal gleich noch mal drüber schneller leute schneller zu fangen und fangen und da ist drin 3 3 ich mache immer den rechten hoch hoch brötchen brötchen hä wieder stappt die brötchen butter fleisch pädchen hab ich die ticke raus gleich geht raus gleich geht raus links rüber alle reis rein spiel den samsung noch mal was brauchen wir schicken ok rüber zu den teller absolut hoch ich hab losgelassen irgendwie warum lässt du los ich hab keine ahnung schicken ich nehm zwei ich nehm zwei pilze gut runter zu den reis mit dann legt die teller hin aber spiel mehrfach spülen geht übrigens schneller ne als wenn das nur einer alleine schicken ja da dann muss aber erst mal sein ding ins loswerden jetzt wird da derzeit kommen die brötchen wieder mit links die töpfe mal wieder drauf setzen so brötchen holen gott zuerst den pilz raus nein ach was die scheiße trotzdem alles raus so weiter wieder zum reis schneller holen mehrfach spülen dann rüber bitte zweimal fleisch danach runter zum reis wenn sie fertig sind schneller nehmen ein teller kochen gut wenn wir die töpfe noch abstellen könnten oh sorry kannst du auf den boden nimm's gleich runter brauchen noch rüber links brötchen holen teller meter rüber die reis pott weiter weiter nicht mal direkt aufgeben wir sind doch hier nicht in der schweiz er war gemein nach was rüber zum reich ich meine frankreich ich bin vorbei ich bin fast nein aber so frank gerade vier feuchte wenn die nicht gewesen wären Siehste, hätte es vielleicht noch funktionieren können, wenn wir direkt weitergehen. Basteln? Meme? Basteln? Du machst Memes? Oh Gott, er macht Memes. Oh mein Gott, ich hab Angst. Einmal Pilz, einmal Fleisch, einmal Fleisch. Hab alles, passt, drüber. Ihr könnt einfach stehen bleiben. Lieber wie das links, der rechts. Warten. Das erste was raus ist, das Hähnchen. Na gut, wir brauchen noch die Burritos. Ja, ruhig den Bruch. Ich wollte erst dort, bis Meter die Pfanne abgestellt hat, nicht, dass wir die Pfanne und Töpfe dann ständig auf der Plattform mit haben. Das war auch gut so. Man sieht auch einfach, das ist manchmal voll schlecht. Sam, zuerst. Und ich? Ich? Gott. Und ein Salah. Äh, 30. Gut, wenn die Teller direkt spawnen würden. Äh, Pilz, Fleisch, Hähnchen. Ich nehm Hähnchen. Ja, Pilz, Fleisch. Dann nehme ich Hähnchen. Fehlgeschlagen. Unter, Teller. Gleich mitnehmen. Gut. Hoch. Fühlen. Ah, ich mach die Teller nochmal. Zurück. Nochmal runter. Und das Reiz. Ach. Nimm da einfach mit. Jetzt sind wir wieder zu früh, hätten wir auch einen Teller packen können, die Sekunde. Feuerlöscher. Sonst fackelt da unten demnächst. Fuck. Ich wollte aber dann war auf einmal das Boot weg. Oder tatsächlich. Äh, zum Müllammer. Ach, sind das nicht diese dummen Bauarbeiter rechts? Äh, das ist, denke ich, eh wieder gelaufen. Ja. Denn das ist auf jeden Fall gelaufen. Hier. Ja, und bin das runtergelaufen. Ah. Hab ihn. Ich hab Fleisch. Meisch. Meisch? Feisch. Meisch. War das alles. Fals, der Queerle ist aufgedreht. Ich bin rausgeflogen. Yay! Besser am Anfang, als, äh... Heute macht Otis den Meter. He, he, he. He, he! Er ist fachgerun. Otis, sei, äh, kein Meter. Habt ihr denn alle gut geschlafen? Nachdem ihr gerade eben erst aufgestanden seid. Oh nein! Sam, warte doch einfach eine Sekunde. Bei mir ist nur ein Ladebildschirm nach dem anderen oder was passiert? Ja, bei mir auch. Oh, Sam, du könntest aber echt mal deine Augenbrauen hausieren, oder? Ne, das muss so. Daher fallen die doch ins Essen. Na und? Wow. Da koch ich das Beilage. Mit echtem Panda-Haar. Sam, gelb, okay. Sam, rotes gelb. Ne, egal. Oh, ja stimmt. Dann müssten wir später mal wieder raushelfen. Oh, nein. Wenn der Otis meinen Part übernimmt, macht es ja Sinn, dass er rechts ist. Also, nach Position. Bereit? Nein, aber... Da bin ich. Marvin. Jetzt bin ich grün. Marvin. Ich bin die Hoffnung. Des Teams. Oder der Neid. Was? Ich hab Händchen gut. Ja, ich hab Pilz, passt. Längst. Längst. Scheiße. Röhrchen. Das wär cooler. Sorry, Meta. Wenn ich unter den Brettern stehe und du das obere nimmst, dann will ich nicht um den Tisch rumlaufen gehen. Faule Socke. Händchen zu R? Pilz? Pilz kommt. Krass. Ja. 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 Irgendjemand hat jetzt die Teller vergessen. Es ist alles broken. Wir haben nicht mal ein Gericht. Krass. Kann man nicht gemeinsam abwaschen? Äh, unten fahr jetzt ab. Scheiße. Scheiße. Zu spät. Meta, probieren! Nö. Das ist selbst für Deutsche. Galacta! Ist ja wie ein Destiny Raid. Äh, unten probieren! Was? Ja, gib her. Ich mag Rüststoffe. Rüststoffe sind Geschmacksstoffe. Da sind drei Bubbels drin. Sieht lecker aus, oder? Äh, was machen wir jetzt eigentlich? Warten wir jetzt, oder machen wir gleich nochmal? Wie warten wir sonst? Sam Neustart. Ist ja wie ein Destiny Raid. Nein, schlimmer. Der Destiny Raid, oder das hier? Das hier. Warst du beim ersten Destiny Raid dabei, Sam? Nee. Hast du schon mal einen mit links gemacht? Papi. Die Sternenschleuse. Ich bin gut dabei. Als wenn ich mich so an den aller aller ersten Versuch Destiny Raid erinnere. Es war ähnlich wie das hier gerade. Von allem eins. Same Fleisch. Fast. Passt. 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 Musst du erst raus? Fleisch geht raus. Dann du? Ich. Kannst. Wie auch. Wow. Dann? Dein Ernst? Hilfe. Äh. Fleisch. 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 Nach geschnitten gleich Teller mitnehmen. Passt, drüber. Erstmal Reis. Passt, kann hoch. Pack die Teller dann gleich hin. Same. Das haben wir abspült dann. Gut, Trescha. Ah, da bin ich wieder. Mach es einfach auf den Teller. Der hat es gerade wieder in die Pfanne reingenommen. So, jetzt Brötchen holen. Wollt ihr nicht erstmal rausgeben? Die Brötchen sind noch alle drauf. Ich würde gerade sagen. Da hat noch eins gefehlt. Eins. Und noch ein Brötchen fehlt. Ja, ein Brötchen fehlt. Ach, wir hatten nur eins. Wir hatten eben eins zu viel. Nein, gleich noch den Teller mit. Geh raus, geh raus. Achso, wir müssen eh die Dreckigen hier holen. Wir haben eh nicht genug da oben. Mach doch mal erst die Teller, bevor wir kochen, oder? Ja, okay. Ist schon. Da steht noch der Reis. Gut, hoch. Wir brauchen einmal Hähnchen, einmal Pilz. Wir können nicht spielen. Wir sind zu weit weg. Noch ein bisschen hoch. Ich bin ganz oben. Weiter hoch geht nicht. Weil die Teller hier liegen wahrscheinlich, oder? Ja. Hä? Was geht doch sonst auf? Weißt? Ich pack grad bisschen rum. Was? Was? Ist irgendwie die Koordination verloren gegangen? Ja. Wir machen jetzt konzentriert die einen noch. Äh, wollen wir gleich Brötchen mitnehmen, oder so? Ja, wir holen mal Brötchen mit, weil... Wir kriegen vielleicht noch was fertig und dann kommen wir über die Grenze. Wir brauchen 500 Punkte. Hammer. Gerade bekommen durch das Abgeben. Ja, aber es gibt immer noch Abzüge, weil wir noch einige Sachen fehlen werden. Nee, was braucht ihr jetzt noch? Nee, was braucht ihr jetzt noch? Nee, was mit? Oh. Super. Was willst du noch machen? Ich wollte den Kopf. Reis. Reis geben wir eh nicht mehr hin. Wir haben noch 10 Sekunden. Geht zum Fleisch. Wir können das Fleisch hier noch abgeben. Fleisch. Nee, warum... Ihr müsst aufpassen, wenn ihr mich von dem Knüppel wegschiebt, geht nichts mehr. Aber passt. 581 Punkte. Next time. Bitte lass es das jetzt gewesen sein. Oh Gott sei Dank. Ach, die Abzüge sind doch schon eingerechnet. Ja. Ja, die werden direkt ab... Okay, das lief aber gut. Nein. Der Anfang schoss. Ja, obwohl Otis so ist. 8 von 10. Schnell schneiden. Und dann aber schnell wegziehen. Schnell raus. 8 von 10. Hey, ich hab nur auf das gehört, was da mir gesagt hat. Links, rechts, oben, unten. Tüte hat wohl auch noch die Augen verklebt. Töte hat wieder die weg geht. Aber morgen, Chitilein. Mit... ...wieder dünsten oder was? Äh. Oh, jetzt soll man Pfannkuchen machen. Oh Gott. Mit Ei. Noch mit Eiern. Mehl, Ei... ...Mit Schokolade. Und Schoki. Und dann braten und dann raus. Wenn du es süß magst. Mit Teleportern. Äh, ich hab die Schokolade und das Spülbecken bei mir. Ja. Dann... ...würf mal Schokolade runter. Mehl... Mehl da? Zu mir. Ja. Versuch's nochmal. Okay, die Schokolade muss erst geschnitten werden. Die muss erst geschnitten werden. Dann schmeiß ich die mal bei Mehl da rüber. Ja. Dann geht's direkt in den Top 3. Jetzt brauchen wir unten noch einmal mehr. Dann brauchen wir nicht noch. Äh, wo wollt ihr die Teller hin haben? Warum liegt jetzt hier dreimal Schokolade? Weil ich kann. Sam. Er soll krass. Okay. Regelmäßig fall ich hinunter. Ah, jetzt schluckt's mein Spiel ab. Hm. Sam, bist du noch da? Mhm. Äh, bei dir brennt's an, Sam. Zweimal. Ach, Sam... Sam macht schon gar nichts mehr. Okay. Ich versteh auch nicht das Problem. Bei mir noch nie abgeblitzt. Bei mir einmal... Habt ihr irgendwas dazugekommen? Wobei, nee, warte, da hab ich mich selber gekickt. Ja, also wie gesagt, das lief so lange gut wie Otis. Okay, dann geh ich wieder. Otis bremst mein Internet. Zusammenhang ohne ein Grundchen? Hä, Zusammenhang ohne ein Grund? Was? Äh... Äh... Hustellity without correlation. Nein, andersrum. I need ne Einladung. Genau andersrum. Oh, die ist ja schon hier, oder? Ich drück einfach einmal drauf. Meta's misstritt einer Session bei. Rotak! Ich bin ready. Re-A-Di? Ja. Re-A-Di? Re-A-Di. Depp rechts. Depp links. Na. Oh mein Gott, nein. Depp depp. Moin, Dota! Ich hab gehört, Meta ist frisch, jung und agil. Medel. Nein. Nichts von all dem. Auch nicht Medel? Oh, wein, wein. Medel. Ah, so frisch bin ich schon. Ah, jetzt bin ich der Schneider. Schmeiß mir Schokolade rüber, Meta. Okay. Fass. Einmal Schokolade. Fass. Wir brauchen aktuell nur einmal. Warum rufst du dann nochmal, wenn Rot es schon bekommen hat? Ich hab an Otis gerufen, nicht an dich. Wieso fühlst du dich da angesprochen? Braucht ihr Mehl? Ja. Da oben ist die Ausgabe. Ich stell mal die Teller zu Anrichtungsdaten, ne? Ja, gerne. Wo ist die Ausgabe da auch bei? Oh Gott. Oh, da muss ich... Wow, okay. Schokolade. Aktuell können wir nicht ausgeben. Oh, was ist das? Ey. Meta Schoki. Was sagst du dann? Ja, das... Das untere Portal, das transportiert sich immer nur oben in das... Äh, umlaufende Portal. Super. Das ist dumm. Ja, das hat gerade gedreht. Das heißt, du kannst aktuell... Nicht... Du kannst aber hier wieder runterdashen, ne? Ne, du musst du da nicht Portal. Nein, nein, du kannst hier auch schräg runterdashen. Ja, das geht so. Okay, mach mal auf vorne. Ich werde mir die Schokolade direkt reinpacken. Schokolade direkt in die Pfanne. Aber ich will auch Eierkuchen. Wer kennt das nicht? Roasted Schokolade. Ich sehe nur Dota. Ich bin auch Eierkuchen. Die schlimmste Episode, wo der Butter mit Schokolade und so weiter ins Pfanne gehackt hat. Das ist aber auch eng, die zurecht sind. Äh, Meta fehlt gerade. Was brauchst du denn? Äh, Schoki. Hat dich doch schon... Äh, die ist doch schon drin. Nee, schmeiß noch mal rüber. Hella Meta. Wolltest du mehr Geschokolade machen, oder? Einfach mal ein paar mehr vorbereiten. Okay. Danke. 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 Sag jetzt reich. Durch. Oh, oh. Genau das meinte ich Sam. Sam, sehr gut gemacht. Der kann abgegeben werden. Wir brauchen einmal Schoki. Braucht ihr noch Mehl? Ja. Ja, einmal Mehl. Danke. Hast du geweint? Teller. Was sind die? Äh, die sind oben bei Meta. Da ist drauf. Vielleicht mitnehmen. Hä? Achso. Treppe ist wieder da. Ich fand Teleporter cooler. Wo sind die Dreckskeller? Alles schon sauber? Keine Mehl. Keine Schoki mehr, bitte. Keine Schoki mehr? Okay. Da ist fertig. Sam. Sam. Schreit. Schreit. Schreit, wenn ihr mir in den Doppel fährt. Der ist fertig. Wenn Sam nichts sagt und einfach Sachen macht, dann weiß ich nie, ist das jetzt eine Trotzhandlung? Schreit. Er macht dann halt irgendwas. Ich weiß nur gerade nicht, was ich machen soll. Ja genau das meine ich ja. Also habe ich Teller gewaschen und dann brüllt Dan mich an, dass ich dann eben Bullshit machen soll. Also. Also. Den schicken. Nein. Nicht jetzt durchs Portal. Er ist bei mir oben angekommen. Brauch einmal Mehl, einmal Schoki. Mehl. Ich hab mich da wieder durchs Portal gedrückt. Schoki. Sehr schön. Wunderbar reingeworfen. Noch einmal Schoki. Noch einmal Mehl. Der ist fertig. Sam schick doch den Teller. Sag doch was. Ich hab gesagt, schick den Teller. Ja gerade eben. Nee eben schon einmal. Mehl, schmeißt du mir noch meine Schoki rüber? Immer. Ja. Den kannst du schicken. Sam. Chill mal Digga. Alter. Nee das ist Küche. Da wird nicht gechillt. Da wird gearbeitet. Stecken. Einmal Mehl. Liegt schon unten. Halt nein. Einmal Mehl. Nein nicht da rein. Nochmal Mehl. Ich da. Einmal Mehl. Jemand ist in seinem Element. Ja das kommt so gut. Dann auch in der Küche. So jetzt passt. Nein. Oh. Habt ihr in der Mitte das Hundeporträt schon wahr genug? Ja. Meta schmeißt du mir noch mal eine Schoki rüber? Gerne. Emma Mehl bitte. Kommt. Den noch nicht schicken. Mehl liegt auf der Treppe. Den schicken. Dann den anderen. Genau. Einmal Mehl. Nicht schon wieder da rein. Es lässt sich von hier oben halt scheiße zielen. Noch einmal Mehl. Wir rennten da in der Mitte gegen die Wand. Welche Person ist das denn? Kommt gerade daher. Dann können wir dir das sagen. Teller frisch gewaschen und an Bord. Mehl. Gleich. Gleich kommt hier einer. Sam raus. Der ja auch noch raus. Dann ist es vorbei. Wir schaffen es nicht wegen dem Teleport. Oder? Sam noch zieht doch durch quästen Muster. Die Laude hast du hier ja zurückgedrückt. Also ich glaube, Darm ist tatsächlich der einzige, der hier irgendeinen Überblick hat. Der Zubereiter soll ja auch den Überblick haben. Ja, Meta hatte aber zum Glück immer die Teller gebracht. War super. Ja. Schokolade und Mehl und Sam hat es rausgeschickt. Ja, und so ist die Aufteilung halt im Endeffekt. Du musst es ab einem bestimmten Punkt wahrscheinlich wirklich wie in der Küche. Einer passt, der Rest arbeitet zu. Genau, Tüte. Ich finde, du unterschätzt die Wichtigkeit der Tellerwascher. Ich habe, ohne dass man mir was sagen musste, immer dafür gesorgt, dass Darm durcharbeiten konnte. Das ist mindestens genauso eine 10. Das ist tatsächlich auch in der richtigen Küche. Hart wichtig. Weil wenn du Spüler hast, die die ganze Zeit bloß dumm rumstehen. So, wir brauchen jetzt eine Kombo von 8. Oh Gott! Eine 8er-Kombo? Kriegen überhaupt 8 Gerichte hin? Dass es 480 Punkte gibt, könnte es knapp werden. Eine 8er-Kombo. Burger? Okay, bei mir. Oh Gott. Ich brauche Reis. Oh mein Gott! Wir haben zwei Knüppel! Ach du Scheiße! Wo sind die... Oh mein... Oh mein, ey! Ähm... Pasta. Also, Moment. Die Pasta ist bei mir unten. Okay. Die Pasta muss zum Meta. Ich brauche einmal Pilze zu schneiden hier. Ähm... Wer steuert welche Seite? Ich steuere dich. Äh, du steuerst die Seite, ich steuere die bei Meta und Darm. Was? Ach, wir haben alle einen Knüppel. Hey, wir haben vier Knüppel. Ach, wir haben vier Knüppel? Wir haben vier Knüppel. Ihr dort einen. Oh mein Gott! Oh mein... Und wir steuern die auf der rechten Seite? Okay, wir müssen vorher klären, wer was macht, sonst funktioniert das schon nicht. Das können wir direkt sagen. Also, Meta muss mit Xem zusammenarbeiten und ich mit Otis? Bist du bescheuert? Ich arbeite nicht mit Xem zusammenarbeiten. Nee, das Problem ist, dass bei Xem oben auch der Pass ist. Ach, stimmt. Ja, Xem muss rausgeben. Ne? By the way. Das ist ja unser Luna. Also, warte, ich kann Meta die Pasta rüber. Warte, Xem, kannst du jetzt doch mal rüberlaufen? Ich kann hier unten Fleisch schneiden. Aber dafür muss halt... Wir müssen hier rüber schwerfen. Kommst du nicht hoch? Und Sio? Mach noch ein zweiter Meta. Da kann die Plattform ja bleiben. Die muss sich ja nicht verschieben. Xem, du kannst mir vertrauen. Nein. Überhaupt. Wo muss das Fleisch hin? Wir brauchen ja kein Fleisch. Oben. Oben. Ihr könnt schneiden und dann Fleisch reinlegen. Fleisch liegt drin. Ja. Äh, Tomate brauchen wir noch geschnitten. Oh, wie kann das sein? Wir haben noch ein Gericht verpasst. Ach, müssen wir die Tomate braten? Ja. Ja. Das ist ganz normal Pasta wie schon. Äh, ich hab dir da ein Champion hingelegt in die Mitte. Die Mitte ist ja schön. Ja, ihr habt nur keinen Schneidebrett. Ach, das geht. Da kann man Sachen ablegen. Das kannst du aber auch ganz rüberwerfen. Können wir vielleicht die Sachen in der Mitte zubereiten, dann? Ja, wir müssen sie in der Mitte zubereiten. Dann sind wir schön Meter mit der Pasta in den Abgrund. Das wird doch nie was. Man schicke mich nach... Ne, das wird jetzt auch nichts. Aber es ist auch gut, mal zu gucken, ob ich... Okay. Äh, warte, warte. Die Pasta direkt in die Pfanne steigen. Ne, Sam, ich kann... Ich kann nur die drüben. Die beiden drüben müssen dich koordinieren. Ja. Ja, ja. Okay, man kann nicht... Man kann nicht hin und her springen. Bei euch muss die Plattform ja grundsätzlich hier drüben sein. Weil ihr müsst zu Beginn schnippeln. Genau. Danach müssen wir sie hier platzieren, weil die können... Können, glaub ich... Ne, wir können da nicht... Da kommen wir nicht hin. Da muss einer von uns draufstehen. Ja, siehste. Gut. Das schafft Sam. Du brauchst unten ja keinen, äh... Ich mach Pasta. Weil mich da brennt. Pasta. Ja. Peter, ich lösche. Ich mach Pasta für Loon. Fang den Schaum und lösche. Das ist das Essen für Loon. Ist gleich fertig, Loon. Mit... Muss noch ein bisschen. Mit Senf. Okay. Also ich hab bei mir Pilze. Alles klar. Ach, mir war ein Minus, echt? Peter, ich... So, ich schick dir mal Pasta. Einmal... Ja, Pasta, bitte. Nochmal Pasta. Einmal Tomate, einmal Fleisch. Und tschüss. Please. Und da leg ich den Passateller in die Mitte, richtig? Kann man beide... Ich hätte dir das jetzt einfach nur hingelegt. Obwohl, wir können ja beide schneiden. Danach muss Otis die Plattform für Meta in die Mitte. So, ich kann ein Pasta-Teller liefern. Ich kann ein Pasta-Teller abliefern. Ich kann ein Pasta-Teller abliefern. Hä? Ja, komm. Äh, die Mitte. Was? Rüber! Äh, das müsst ihr jetzt hier drüben. Ihr müsst jetzt XM in die Mitte fahren. Nee! Du musst doch, wir können da nicht! Ja, wie sollen wir denn fahren, wenn wir auf der Mitte stehen? Ach! Da komm ich nicht hin. Da komm ich nicht hin. Ich hab's auch gemacht, ja. Okay. Einmal Fleisch, einmal Tomate. Ach, wir fangen nochmal an. Wo spült man? Ach, bei Dan spült man. Okay. Ich muss... Wir müssen spülen, ja. Nee, bei Dan. Bei mir kommen einfach die Teller rein. Einmal Pilz. Und einmal Fleisch. Das war knapp. Und bis jetzt dann, äh, Plattform? XM kümmere dich um den Pilz, ich kümmere mich um die Plattform. Wohin? Bei Meta. Zu Meta, ja. So. XM an. Noch ein Teller. Etwas höher. Dankeschön. Jetzt gehst du runter mit mir. XM kann liefern. Mit der Krieg Pasta. Ey, ich mag Pasta. Ich muss hier noch ein Stückchen nach. Könnt ihr mal mit XM machen? Genau. Zuerst die Pilze! Ich seh nichts mehr. Es sind nur noch Symbole auf meinem Bildschirm. Die gibt mir den Pasta mit Pilzen und Fleisch. Die nehm ich sofort. Das hab ich aber auch immer gesagt, wenn die ganzen Symbole sind. Du verwechselst auch die Ebenen und so. Das ist... Also, man könnte ja auch Rotes abholen und dass der oben kurz mit ausliefert oder so. Es geht. Nächstes Mal merke ich mir einfach, wo ich was hin... Okay. So. Pilz. Einmal Fleisch. Oh, das hat die Mousse. Einmal Pasta noch, bitte. Fleisch. Ach, verdammt. Schieß den Pilz zu mir. Wollte ich auch. Ich kann nur noch hochbringen. Warte. Einmal Fleisch. Warte. 이용? Was ist denn, ge favorit? Wenn die Pasta wieder in das Haus kommen, muss ich schnell fertig знаком werden. Danke. Pasta ist wieder runter. Milch runter. Tu passt das Fleisch. Pasta Pilz verdient. Pasta vielleicht ist fertig. Wollen wir mal ein ganz kleines Stück runter? Das ist nichts mehr zu dir. Ich muss einfach die Teller dann direkt mit zu den Pfannen nehmen, das ist einfach. Mal Pilz zusammen, mal Tomate. Dann nach dem Platz kommen wir mal hochfahren. Ich muss Teller spülen. Er wartet bis drei da sind. Jetzt kannst du. So, ich muss Teller spülen. Sehr schön machbar das, Meta. Ja, immer alles zusammen. Nicht wahr, Chef? Ich fahre ich hier hin. Noch einmal, Pasta. Wo sind die Teller denn hin? Sorry. Einer fehlt noch. Du kannst die Plattform erstmal stehen lassen. Du brauchst da nicht hin. Achso, lass uns bitte. Du gehst wieder runter. So, wir brauchen als erstes mit Tomate. Tomate. Hab ich. Also bei dieser Küche können die Gäste ja wohl nicht erwarten, dass wir schnell liefern, oder? Jetzt noch einmal Tomate. Nix da. Ist aus. Fleisch passt. Fleisch? Spilze Tomate. Pilz. Ne Tüte, das ist nicht egal, weil wir müssen die Combo machen. Wir werden transportieren. Kommen. Und das heißt, die Rezepte in richtiger Reihenfolge. Mit der Kopf ist die Teller. Oh, der Schultz. Ja. Ich war mal auf Strecke. Passt da drauf. Ja. Zweiter auch noch den dritten Reihenfolge. Passt mich runter. Oh, das ist angeordnet von rechts nach links Fleischpilz. Also als erstes Fleisch. Genau. Habt ihr so, ich steht manchmal davor und dann so, ach ja, ich muss hier A drücken. Und jetzt, wie damit, ich muss auf die Plattform. Fleisch, Tomate, Pilze. Ich lege dir den Pilz hier hin. So. Ich muss dann Teller waschen. Ich vernehme die Teller. Passt da so mit links an. Scheiße. Äh, kommt drüber. Ich mach, mach. Wir haben jetzt gar nichts. Ich muss noch zwei Teller abliefern. Runter. Runter. Hä? Ne, macht links, sonst die Zeit klappt nicht für da. Ja. Ach, schade. Ich glaub, das war nicht Greno. Doch locker easy. Ach, es waren neun. Okay, wir hatten neun. Ich dachte jetzt erst sechs. Und die neun waren alle in der Reihenfolge, oder? Ja, eigentlich nicht so. Das heißt, wir haben ne neuner Combo. Das passt das ja. Kevin Level. Das lief dann ganz gut, wenn man die so von rechts nach links angeordnet. Ey, Dota, das ist ressourcensparend. Ne? Wenn du in einem Topf immer nur Nudeln kochst, brauchst du den zwischendrin ja nicht aufwaschen. Genau. Den kannst du eine Woche durchgängig verwenden. Kein Ding. 9,8 von 10. Wo sind denn die... Darf bin ich jetzt aber... Ja. ...0,2 hin? Warum? Aber wie ist das dann neuner Combo? Was fehlt? Oh Gott, Kevin Level. Er will direkt zum Kevin Level. Natürlich. Ab fürs Runterfallen. Wer war runtergefallen? Wer war runtergefallen? Wer war runtergefallen? Wer war runtergefallen? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kann mich nicht drinnen erinnern. Man müsste aber wieder 0,4 drauf geben, weil ich in dem Runterfallen den Teller mit Pasta noch abgestellt habe. Das passiert aber meistens automatisch. Psst. Du bist ein... Eine Petze oder so. Haha. Tüter hat den Namen... Feini hat den Namen entdeckt. Kevin... Ja, wir machen jetzt hier die Kevin Levels. Der Hund heißt Kevin. Was muss er denn da machen? Wieder dünsten. Ich hab gelesen, die Kevin Levels sind die schwersten Level in dem Spiel. Der Hund zaubern. Der Hund zaubern. Der Hund zaubern. Der Hund mit Fisch. Okay, das können wir. Oh, ich bin schuldig. Okay, wo bin ich? Ich bin unten mit Darm. Und wir schicken und haben die Spüle. Fleisch. Wir brauchen Mehl. Wir brauchen Fleisch. Und Mehl. Ah, Fleisch braucht ihr unten. Oh, ihr müsst direkt unter über den Bass hier gehen. Ihr müsst... Genau. Ach nee, das Fleisch kann hier gleich direkt... Einmal Fisch. Nee, du musst das Fleisch durchschneiden. Das Fleisch ist geschnitten. Ihr habt doch Schneidefleisch da. Dann nochmal Mehl da oben rein. Einmal Fisch. Mehl habt ihr? Da. Okay, okay. Joll. Alles klar. Hier habt ihr noch so einen Pott. Ja, Mehl hat das jetzt... Ach, das ist jetzt... Ich hab nur die rechte Seite gesehen. Okay, das war nur Fisch. Wir brauchen Shrimps. Irgendwas Schwerter hier. Shrimps? Dünsten. Shrimps sind hier unten beim Fleisch. Äh... Nein! Ich hab hier zu viel Fleisch. Alter Fisch. Äh... Aber das... Nee, Karotte kann doch nicht raus. Scheiße. Mit Fleisch muss raus. Äh... Wo ist jetzt eigentlich der da oben mit Fleisch? Der ist bei den beiden da oben. Der ist jetzt fertig. Der ist fertig. Habt ihr Teller? Ja, sie haben Teller. Schick. Schick den Teller dann den... Ach, ich... Schick den Fleisch-Teller dann den anderen an den Fisch. Du hast den Shrimps. Ach, wir haben beide Ausgaben. Ja, bei uns. Ich hab mich grad mega verwirrt alles. Ich hätte den Shrimps. Einmal mit Mehl zusammen. Einmal mit Mehl zusammen. Einmal Karotte ist bei euch. Hier, Teller noch in der Schöne. Ich kann auch in der Schöne. Otte spülen. Einmal Mehl bitte. Äh... Wo ist spülen? Und unten links. Ach hier. Stell hin. Was haben wir jetzt? Karotte ist dran. Das muss rein. Gib mir mal Mehl. Kvita. Otte ist... Äh... Fuck, es hat dieses Scheiß-Pott-Ding... Mehl bei der Karotte rein. Den... Den aufm... Oh... Das müssen wir eingeschicken. Aber... Es sind aber erst in zwei Pötten. Das geht ja gar nicht. Karotte steht mit. Den einen Pott da ist... Scheiß platziert. Den kauf mich nicht ran. Weiß ich. Ich bin immer noch... Was soll mit diesem Mehl her? Äh... Der mit... Ich kann... Als nächstes nochmal mit Shrimp. Ich schneid den Shrimp. Das wird endlich nach fünf Versuchen dieses Ding abnehmen. Karotte muss gleich raus. Shrimp haben wir. Äh... Shrimp ist geschnitten. Ich spüle fix. Ich brauche den Shrimp oben. Karotte. Shrimp. Äh... Und? Es hat noch mehr drin. Dieses Fleisch! Wer blickt das Fleisch hier weg? Was ist da jetzt? Was muss rein? Gehacktes Fleisch, oder? Wir haben hier schon gehacktes Fleisch. Komm, bitte. Hier, schmeiß rein. So. Mann, der ist Fisch. Ja. Das müssen wir jetzt hier bei uns. Dünsten, bitte. Weiter. 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 Es wird nicht drin. Nein. Oh fuck. Ich will nicht. Ich will nicht mehr. Ah! Hier, dünste das. Das muss noch fertig rühren. Ja, wissen wir. Hier. Aber wir konnten es nicht mehr rühren. Dann müssen wir die Teller weg, stelle ich dann hier am dünsten. Teller. Teller. Ja, Teller. Ich hab doch gar keine Ahnung. Warum ist hier an eins zu noch Fisch drin, den wir nicht brauchen? Doch, wir brauchen einmal Fisch. Das ist das nächste. Ja. Fisch raus. Teller. Das ist noch gar nicht fertig. Wieso stand das dann hier? So, was muss jetzt hier bei dem Mehl noch rein? Fleisch? Fleisch? Wie was? Fleisch? Fleisch? Fleisch, schmeiß rein. Das wird statt. Ich nehme an dir. Ja, einmal Fleisch. Einmal Fleisch. Schicken. Einfach raus, die Scheiße. Das ist egal. Kriegen eh nichts mehr raus. Warte, wir brauchen noch einen mit Trim. Nein. Steht da drauf? Teller. Da stand nicht drauf. Ich verstehe nicht, was da gerade abgeht. Ja, Feini, wir auch nicht. Keine Sorge. Das ist immer so, wenn das Level das erste Mal spielt. Keine Ahnung, was passiert. Hey komm, dafür haben wir diesmal beim ersten Mal schon zwei Sterne gekriegt, ne? Easy. 4 Rezepte verkackt. Hätten wir nicht verkackt. Hätten wir nicht verkackt. Hätten wir sogar das alles gehabt. Leute, wir müssen uns auch mal mit dem zufriedengeben, was wir haben. Hätte, hätte Fahrradkette. Boah, wir haben einen grünen Alien. Oh, den nehme ich, weil... Hast du keinen grünen Alien bekommen dann? Doch. Okay. Okay, nehme schon. Was ist das? Mehl müssen wir... Kippen wir uns Mehl rüber. Mehl kein Feier, ich danke. Einmal Fisch schneiden. Und den Fisch dann gleich in den Topf rein. Kommt mit dem zweiten Topf in die Mitte, stellt ihn hin. Ist ein zweiter Topf? Achso. Ah lol. Garnele schneide ich. Damit die Töpfe nicht immer gleich übergehen. Oh, auch. Ah, Karotte dann schon. Der ist noch nicht fertig. Nochmal Garnele, einmal Mehl. Einmal Mehl in die obere reinpacken. Warum haben wir jetzt das Dingens hier stehen? Weil wir sie unten haben. Die Grotten sind fertig. Nimm doch das Teil. Und die Karotten müssen raus. Nein! Das muss. Runter. Ja, klar müssen die Karotten raus. Hier, der kann raus. Jetzt nicht mehr, jetzt müssen wir jetzt rausgehen. Hier habt ihr nen Fisch. Quatsch. So, wir brauchen noch Shrimps. Ne, einmal Shrimps. Einmal Shrimps, zweimal Fleisch. Womit... Nicht ein... Ne, schmeiß ich einfach das Fleisch dahin. Aber nicht. Da. Shrimp und Fleisch ist geschnitten. Haut den... Ihr habt den Mix ab. Äh, gebt ihr mir dreckige Teller runter? Pack... Packt mir den... Das ist so... Verwirrend. Noch einmal Mehl. Den oben rauf stellen. Einmal Mehl noch. Warte, das kann ich doch von hier aus rein. Nein. Weg rein, ich spüle. Sam, gib her. Jetzt pack selber rein. Gib her. Ja. Jetzt mach selber. Raus. Ja, einmal reinpacken bitte. Danke. Ist auch fertig. So. Einmal Karotte. Sorry Otis. Kein Ding. Das war falsch. Jetzt. Einmal Teller. Fleisch. Nein, Fleisch. Geht wer raus? Das denkst du auch? Das können wir. Ja. Geh mir gleich den Korb wieder. Ja. Ja. Ich pack mir hier die Karotten rein. Falscher Meter. Das erkennt man echt so mega schlecht, ne? Schmutzige Teller für mich bitte. Einmal den Fisch oben reinpacken. Nein, Sam. Hier Fisch. Hallo. Okay, der hier ist einmal... Hier ist einmal abgeschissen. Da holst du Mülleimer bei denen irgendwo. Ach, natürlich. Geh drauf, Mädchen. Ja. Ja, das steht aber einer mit den Körbendaten. Wir warten, du Xam, dass du das Gericht holst. Der hier muss noch gedünstet werden. Wow. Hast du ihn nicht drauf lassen können? Ja, ich hab... Pack da den Fisch gleich drauf. Fisch da drauf. Dann ist er wieder drauf. Dann ist er wieder da drauf. Einmal Mehl, einmal Shrimp. Nein, Teller. Shrimp ist drin. Kommt hoch. Geh bitte Shrimp rein. Fleisch ist auch fettig bei euch links. Gleich den Fisch. Gib mir den Fisch. Nee, den... Wie, der hat echt... Über den Falsch, die da hat. Teller, bitte. Dir gleich die Kanäle drauf. Einmal Fleisch ist dann hier schon fertig mit fürs Dünsten. Nimm ich. Schmutzige Teller, bitte. Einmal gehen wir noch raus hier. Der muss noch raus. Der steht auch noch raus. Fisch hier. Ist auf dem Teller. Dein Part. Schreckliches Level. Aber locker. Aber wir haben's. Schrecklich. Aber wir haben's. Bei Whitecham überkauft. Wenn Sam bei Mehl ist, es fliegt nur Mehl rum. Ihr habt Mehl da unten gebraucht. Ihr habt Mehl gebraucht. Nicht sechs Säcke. Nein. Ich hab immer zwei Säcke geworfen. Und dann das Problem ist... Falls ihr euch je gefragt habt, wie das Klopapier so schnell im Laden alle werden sollte, ne? Ähnlich wie, äh, Sam sein Mehl. Und dann, du kannst dir vorstellen, das ist ne unendliche Quelle Mehl. Wenn der Sam die ganze Zeit mit Mehl rumschweißt und durch die Gegend rennt. Du weißt gar nicht mehr, was Sache ist. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll dann. Wenn ich halt am Schluss einfach... Ja, Fisch. Okay, das... Das hat keine Mehl angefordert. Sam schmeißt fünf Mehl. Also der ist schon bei den nächsten fünf Gerichten gedanklich. Äh, wo muss ich dann? Ach du Scheiße. Okay, ich bin bei Sam. Wir haben Pasta hier. Ja, man kann überall hin. Durch diese Pasta. Oh, wie schön ist das denn? Nein, man kann... Nicht permanent überall. Nicht permanent, wenn die Plattform... Schick mir mal ein Stück Fleisch rüber. Meta, schick mir mal ein Stück Fleisch rüber. Nein, das ist Otis. Hey, wie soll ich denn? So, zweimal Pasta ist schon mal fertig. Okay, das... Äh... Es ist halt der Teller. Es muss übrigens... Es muss übrigens... Nee, drüben raus. Ja, aber nicht nur Pasta, oder? Pasta liegt auf der Klappe. Oh, was ist das... Ich hab's ja falsch angerichtet. Und den Kild. Ich hab's ja nicht mal geschnitten. Achso, hier kann man schneiden. Ah! Hier drauf! Hier drauf! Renn! Scheiße! Stella! Jetzt finden wir einen Topf! Wo ist der Topf? Na er spornt dann wieder auf der Headpass. Sam, einer von uns beiden kocht, einer von uns beiden schafft drüber, okay? Wo ist meine Pfanne? Wo ist eigentlich das Fleischpasta hin? Okay, Sam, geht erstmal baden. Alter, willst du drüber schaffen? Ich fall da jedes Mal rein. Okay. Nein, ich kann's doch nicht. Was? Yay! Können wir jetzt wenigstens überall lang? Was? Wir können nicht mehr reinfallen. Wuhu! Easy! Drogenmodus. Wo ist überhaupt kein Reis? Ach so, es gibt gar kein Reis. Was soll, wir brauchen? Nein! Nein! Wasser ist gleich fertig mit Geburten. Was passiert hier? Stella spült es gar nicht. Out of space. It's kitchen! In space! In space! Fleischpasta fertig. Tomate, Tomate. Tomate kommt in die Pfanne. Ich mach die zweite Tomate in die Pfanne. Äh, Pasta ist beides fertig. Ich? Ja, ich komme hoch. Ich komm da einfach Wasser drauf. Danke. Ich schick einfach. So. Äh, wir brauchen glaube ich nochmal Tomate. Nein, ich kann nicht mehr. Tomate ist ja schon oben drin. Wie scheiße, strudelung? Ach so. Okay, dann haben wir jetzt hier nochmal Tomate. Kannst es wegschmeißen? Keine Ahnung. Wir brauchen Teller. Du bist ein Teller. Hier ist einmal Pasta auf dem Ding. Ich hab einmal Tomate hier. Ja, der Tomate kann raus. Wir sind zwei Teller, wenn die Pfanne nicht eingestellt hätte. Da ist jetzt nochmal Pasta auf den Teller. Ich koch neue. Ich geh nicht immer zu Fleisch. Oh nein, es ändert sich. Ich geh nicht spülen, da kann mir nichts passieren. Einfach schicken. Komm mal Pasta, ich komm hoch. Aber für wen kochen wir denn gerade? Was? Äh, wo muss ich raus? Nein! Und jetzt natürlich mit... So. Hier ist Fleisch auf dem Teller. Kannst du Pasta spielen? Okay. Ich brauch noch Pasta. Wenn ihr Fleisch, Tomate oder Pilz braucht, müsst ihr schreien. Wir haben hier irgendeinen Schreien. Pasta. Ich brauch Pasta. Wo ist Pasta denn? Hier, 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 hier. Ach, ihr habt Pasta. Oh Gott. Wie gesagt, wir haben jetzt plötzlich Reife. Äh, ich bin jetzt unten mit zum Spülen. Was haben wir denn jetzt alles? Wir haben die Tomate brauchen wir. Ach so. Tomate, Pilze, Tomate. Tomate ist in der Pfanne. Wenn ihr alle jetzt hier unten seid, geh ich erstmal wieder hoch. Und holst die Pasta aus dem heißen. Jop, ist raus. Entschuldigung, ich fühl sie weg. Kannst hinstellen. Kann dann einmal noch Tomate jemand? Jop, Sam ist unterwegs. Was haben jetzt die Garnelen her? Ja. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Was haben wir Tomate macht der Champion da nochmal? Wohl. Was sind die Champion? Oh, der ist ohne den Fisch. Da wo der Topf drauf steht oder was? Ne. Oh, Minus. Wer hat jetzt meinen Topf? Ich war das. Ich war das. Weil ihr gesagt habt, unter dem Fisch. Und unter dem Fisch war der Topf. Ne, unter dem Fisch ist ja der Fisch. Und die Champion sind nicht unter dem Fisch, sondern oben links. Ich hab irgendwas. Tomate mach ich jetzt. Ich mach Tomate. Ich spüle. Ich spül mit. Ich will den Pasta aus dem Zimmer auf. Ich hoffe ja, dass die Punkte reichen. Alter. Das schaffst du, Xem. Nani. Fuck. Nani. 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 Okay, ich hab's zumindest mal rumgeschafft. Was? Wir haben nicht mal ein falsches Rezept, ne? Was? Was ist das Level? Ich kann ja sagen, wieso wir kein falsches Rezept haben. Weil wir neun Sekunden der Zeit so dastanden. Was passiert hier grad? Wir haben irgendwas gemacht. Wir haben scheinbar richtig gemacht. Im ersten Pass einfach so nichts geschafft. Im zweiten, wir können überlaufen. Jetzt müssen wir halten halten. Und so im dritten Teil auf einmal nur noch die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Bin ich. Was mach ich? Ich. Und alle. Ich spüle. Es ist tatsächlich wie in der echten Küche. Da passiert das genauso. Nein. Doch. Da leugnet es nicht. Es gibt viele, die durch die Küche rennen und keine Ahnung haben, was sie machen. Während ein bis zwei Leute dastehen und du wissen, was sie tun. Aber ist das nicht in jedem Job so? Ja, aber du fällst nicht in Grütze rein. Das stimmt. Obwohl ich bin schon mal... Was bin ich? In recht viel zerlaufene Butter bin ich mal reingetreten. Hab mich gewundert warum. Aber es war irgendwann einfach rum. Du weißt nicht, wer vorher auf dem Toilette war. Nö, das... Ach, dafür haben wir eine große Ablaufrinne. Ja. Also zur Not einfach drüber stellen und laufen lassen. Hau. Hahahaha. Ich bestrechte ihn. Ich bestrechte ihn. Ah, gut. Entschuldigung. Küchen-Magie. Hahahaha. Das war echt magisch. Das war echt magisch. Das war echt magisch. Die wird diesen komischen Kohlenhydraten geben. Uh. Uh. Das sag ich demnächst auch mal zu meinem Brot. Dann fühlt es sich gem... Unbrot? Dann Unbrot. Bis zum dritten Stern links und dann geradeaus bis Frühstück. Hahahaha. Gut, dass Xam fährt. Können wir uns ja nie verfahren. Hahahaha. Beeilet euch. Das heißt, wir haben ein Stündchen bevor Xam essen muss. Vielleicht... Schafft man... Das bevor die DLCs beginnen. Das erste Level. Es wär feucht. Okay, nach Norden. Ach, nee. Du musst den abholen, überpacken. Erst die Brote überfassen, säm. Tschuldigung. Boing, boing, boing. Boing, boing. Düdy, du, 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 du. Pfff. Uff. Es bleibt noch mal kurz stehen. Danke. Achtzig Punkte. Dünnsten. Das ist viel. Kuchen. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. What the fuck? Ja, das ist ja nur ein Arbeitsschritt. Mehl und Eier mit etwas Honig, Brotten oder Schokolade oder Backe alles zusammen. Äh, wichtig, Schokolade und Honig muss geschnitten werden. Karotte auch. Honig muss geschnitten werden. Okay, ich schneide den Honig. Und Mehl. Nee, äh, nicht da oben hinlegen dann. Äh, fällt in den Mülleimer. Und Karotte geschneiden. Das erste ist Karotte und Honig. Einmal Mehl, nochmal. Zweimal Mehl ist jetzt unten. Okay, ich bin runtergefunden. Wer hat die Schokolade aufs Schneidebrett gelegt, obwohl wir gar keine Schokolade brauchen? Nein. Und das fährt jetzt noch an zu brennen. Willst du mich bearschen? So, wir haben Honig. Okay, Xem, wir haben es gemischt. Das kann in den Müll. Einmal Eier, zweimal Mehl. Sehr schön. Okay, ich weiß, was zu tun ist. Zweimal Eier, zweimal Mehl. Gleich gibt es einen Nackenstelle, der rot ist. Das wäre auch ein guter Kuchen geworden. Ja. Er hatte Mengen, nur halt ohne alles andere. Ja. Honig in Karotte schneiden. So, ich komme mit dem zweiten Mehlsack. Okay, irgendeiner ist rausgeflogen. Äh, du. Du? Ich meine, ich bin los, der Session raus. Äh, ich bin, die anderen beiden sind noch drin. So, und das muss dann... Oben in den Ofen. Oben, ganz oben. Ah, so wie es ist, oben in den Ofen. Hoffentlich jedenfalls. Ja, kurz proben. Ja. Zweiter auch hoch. Oh. Guck mal, wir haben den Triumph... Chefkuchen bekommen. Immerhin hätten wir die ersten zwei Kuchen fast fertig gehabt. Ja, also du kannst die, die, äh... Schüsseln komplett in den Ofen packen. Ja. Das ist aber eine interessante Kuchenform. Hier, nimm den Kuchen. Was für eine Form? Schüssel... Schüsselform! Bist du nie Schüsselkuchen? Mama, Schüssel! Es gibt doch auch Tassenkuchen und... Wo bleibt die Einladung? Hast du die schon da? Ich mache mir jetzt Pfannkuchen zum Frühstück. Oh ja, Mann, geil. Warum keine Pancakes? Pancakes ist viel geiler zum Frühstück. Du, warum lachtest du irgendwie so? Ich habe Angst. Oh, egal. Wegen Pancakes? Nee. Also ich hole das erste Mehl oben. Ich kümmere mich um die Eier. Ich schneide. Gut, dann komme ich mit dem zweiten Mehl. Immer rechts rum, Otis. Gut. Ähm, Parotte hast du? Hab ich, ja. Das hat geklappt. Einmal Schokolade oben holen. Bin unterwegs. Ich habe den Honig fürs Zweite. Du musst den weg. Also pack's rein. Schokolade. Ich bring die Schüssel hoch. Oh nein, es blänt. Äh, Schokolade, komm. Jetzt fangen die wieder an, hier rumzukurbeln. Schokolade? Wollen wir die Teller direkt für die Ausgabe stellen? Weil dann, wir müssen die Schüsseln sowieso dann weg. Kalter! Mein kleiner Brüstebruder. Ach, ich muss, muss ich mit Teller an den Ofen und dann die Schüssel rausnehmen? Ja. Okay, Schüssel kommen raus. Komm schon mit dem Feufeu. Wo wollt ihr die Teller haben? Mal Mehl. Alles klar. Wir sehen. Rot, das Mehl muss hier oben hin. Ah. Ich geh runter, stell rein. Ich kümmer mich um Feuer. Einmal Karotte. Und spülen. Karotte, komm. Ich bring Sam. Mal Honig, mach ich. Mach's in den richtigen, bitte. Ja, hatte. Ich geh dann wieder mit dem ersten hoch. Okay, komm, ich mit dem zweiten. Nee, kann ich nicht? Metalllösch, bitte. Rotis, du bist aber heute heiß. Rainbow's Fire. Ich bin immer heiß. Er ist sehr ganz schön. In die Schüssel. Oh, fuck. Ah, Meter, please. Schon wieder bei Rotis. Danke. Sam, du hast auch da ein Laufding, ne? Ja. Ja, aber das Laufband geht dann direkt darunter. Hauptsache. Ach, das ist Müll. Ich geh teile relativ schnell in den Müll. Aber da kommt Sam doch. So. Honig, Schokolade für das Nächste. Ich bring Mehl für das Nächste. Wo ist der Feuerlöscher? Ganz oben. Meter. Danke, Sam. Jetzt ist hier zweimal Mehl drin. Wo ist der Feuerlöscher? Der ist mit mir runtergefallen. Wo ist der Feuerlöscher? Wo ist der Feuerlöscher? Der ist mit mir runtergefallen. Der ist mit mir runtergefallen. Weil Xen dick ist. Zweite Schüssel. Ja. Ja, zweite Schüssel muss jetzt erst zbauen. Jetzt ist es wieder da. Holst du Mehl? Ja. Ich hab Schokolade. Ich bring dich noch zweimal mit. Mein Gott, Xen macht Schokolade. Einmal Mehl. Mehl nehm ich mit. Das andere Mehl braucht. Honig hab ich. Einmal Karotte. Ja, die Karotte. Ja. Uhu, die alte Stimme aus dem Nether. Respekt. Von Minecraft. Mach's nur direkt. Ja. Das ist aber knapp. Ja, Schokolade. Der nächste Karottenkuchen ist gleich fertig. Komm, die ne wilde. Voll, voll. Und die Schüsse. Auch noch was noch's essen? Gut. Ich bring Mehl. Nur einmal Honig für den nächsten. Oder? Ne. Honig und Schokolade. Schokolade mach ich. Für den danach nur einmal Honig. Richtig, mein Schiss. Einmal Honig hab ich. Ei ist schon drin, er muss nur noch der Honig. Aber ey, einmal Karotte. Was willst du, Sam? Weißt du grad nicht, was du tun sollst? Feuer lösch. Feuer ist gelöscht. Honig und Schoko muss raus. Oh, ist okay. Achso, das ist der. Oh. Ist da schon komplett. Einmal Schokolade. Ist eh vorbei. Die Teller machen wir noch sauber. Die Teller machen wir noch sauber. Oh, sauber, ja. Genau. 1050 Punkte, nice. Easy. Easy, 980. Oh, gut. So. Wer hatte da Angst mit 980 Punkten im Chat? Was braucht man denn für eine Zahl? Was braucht man denn für eine Zahl? Für das Kevin-Level. Braucht man denn nicht auch 1000? Über 1000? Oh, nee. Welt 6, Level 4, eine Combo von 7. Achso. Oh. Hi, Kalta. Hey, Kalta. Und im Neta war er grad. Du kommst leider zu spät. Das stimmt, tatsächlich. Nice, eh? Musch, drück' den Knopf hier. Wo ist der Knopf hier? Wo ist der Knopf hier? Wo ist der Knopf hier? Oder du fährst einfach... Wo ist der Knopf hier? Da ist der Knopf hier. Hast du ihn gesehen? Ja, aber... Ist da oben nicht ein roter Knopf? Da? Doch, da ist der Knopf hier. Der hat den Umweg. Total bescheuert. Du willst doch immer so viel fahren. Vor allen Dingen, der Bus hat Flügel. Eigentlich müsste er da einfach hochfliegen können. Vor allen Dingen, dieser Planet oben, das sieht aus wie aus Toy Story. Fahrt mich aber sehr frisch. Eine... Was? Die ist lustig. Eine Busfahrt, die ist schön. Oh, nein. Nein. Ach, bitte nicht. Wir sind noch mal drauf. Ja, jetzt bewegt sich alles. Bitte, bitte, bitte. Boom, boom. Guck mal, das Ziel für drei Sterne ist nur 340. Äh. Okay. Was brauchen wir? Mehl. Eier. Okay, ich hab ein Ei. Ich hab auch ein Ei. Noch einmal mehr. Schokolade. Schokolade und einmal Honi. Oh Gott, das bewegt sich was. Werf doch dann. Honig. Ich wollte werfen. Hast aber nicht. Oh Gott, hier sind... Hier sind Tentacle-Köche. Haben wir Schoki? Ja, Schoki holt gerade. Okay. Äh. Hier. Wer geht da... Nummer 8. Geh weg, Otten! Irgendwer hat gesagt, wir brauchen Honig. Da hab ich Honig geholt und geschnitten. Ja, für den danach. Ja, hab ich. Wann weiß man denn, wann das im Ofen fängt? Honig ist hier unten. Ich hol ein Ei. Hä? Äh, das muss in die Pfanne. Oh, das ist Pfannkuchen. Alles klar. Und das hier auch. Ich weiß was zu tun. Oh mein Gott. Möchten Sie gern Pfannkuchen haben? Aus dem Ofen? Äh, das geht by the way. Also, Kuchen. Gut. Okay, ich bin schon. Ich bring noch mal Mehl mit. Oder vielleicht fall ich noch einfach... Und räumt uns alle ab. Der Xem hat uns alle abgeräumt. Xem günstig ist an engen Stellen nicht unbedingt gegen andere Bashen. Eventuell. Aber Dashen, wie schnell. Dashen ist... Ja, aber es bringt uns auch nichts, wenn dann permanent alle runds aufweilen. Wer holt jetzt was? Ich hol Mehl. Wir müssen aber einfach nur im Sync sein. Nein. In... In Sync? Ich hol noch mal ein. Ich bring, äh, Honig. Karotte auch noch Honig. Schaffst du nicht. Werf mal. Wow. Wo muss der Honig heunen? Äh, egal. Es muss beides ins Gleiche. Und das muss jetzt in den Ofen. Das muss in die Pfanne. Pfanne. So, der Zweite muss in den Ofen. Uh, das Wandgag. Äh, Schokolade, Ei, Mehl. Nein! 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 Ich werde ich bei... Nein! Du bist mit dem... Ja, mit dem. Okay. Machen wir nochmal von vorn. Mit dem ganzen Essen, ey. War das doch das große. Ich hab's ja versucht, noch abzustellen. In die Mitte? Komm, wir haben ihn. Schau. Der Sam ist wieder gedasht. Ich hab's im Stream gesehen. Das war eindeutig. Wir haben Zeit. Okay, okay, wir haben Zeit. Wir haben wenig Punkte. Wir müssen einfach nur wenig richtig machen, oder? Gut. Also alles richtig machen. Du kannst... Eigentlich immer noch ein zweites Ei holen, aber... Okay. Ja, ich war jetzt erstmal auf dem Honig. Können den. Beim nächsten Mal... Und nicht da rein. Egal. Guck ich eher da nach. Da bei dir oder in der zweiten? Ja, bei mir. Ach, guck mal, wenn jetzt einer rechts wäre... Einmal Schauke holen. Wenn unter... Ne, Xam ist. Vorsicht. Das ist der Sam. Das wär gut. Weiterlaufen! Das muss in die Pfanne, Xam. Hier, könnt ihr weitergeben. An Xam. Nach unten. Es wird nix. Doch. Beim Xamiertes funktioniert. Das ist so nett. Gut. Dan hat nur geschmissen wie ein Stück Brot. Einmal Mehl. Wunderbar Mehl. Mehl ist drin. Ei ist drin. Das muss der zweite Post. Ich hab die Schüssel oben gelassen. Ja, ich hol's ja gleich. Äh, die sind fertig hier, glaub ich. Ne, da fehlt noch Schoki. Schoki kommt. Ne, die gehen als zweites raus. Wir brauchen jetzt erstmal Schoki. Ich bin nicht gedasht. Bist stehen geblieben. Ich bin stehen geblieben, weil... Hä, das ist doch schon Schoki, die Pfannekuchen sind doch schon fertig, oder nicht? Ja. Okay. Boah. Das Ei liegt da. Hahaha, Peter. Ich wollte ne Drehung machen wegen dem Ei. Äh, ich brauch dann irgendwo nen Teller. Nicht schlecht. Äh, ja Teller, kommt. Dann muss ich mal doch Teller waschen. Ja, ich hol den Teller. Ah, ja, natürlich. Hier. Nimm. Wo wäscht man die dann? Wenigstens das. Na nie. Tschüss dann. Nimm einmal Schoki mit. Äh, Schoki, Ei und... Wir brauchen noch Honig. Oh nicht, komm. Krieg Honig holt er. Dann ist der hier schonmal so weit, was ich habe. Braucht ihr einen noch? Der scheiß Feuerlöscher hier. Ist da. Hier unten muss jetzt nur noch, äh, der Honig rein. Wenn. Dann kann das in den Ofen. Ich nimm's mit. Gut. So, mal Karotte, ne? Ihn Auge guckt was daraus. Guck mal, das rechte Auge, das hat ein... ...ne Kochmütze auf. Wir brauchen... ...einmal Mehl, einmal Ei, oder? Sehe ich das richtig? Nein! Mehl, Ei, Honig. Mitter! Tschöö. Ne, Mitter, das Ei da gleich rein. Ach, tschöö. War mit Essen. Du bist nämlich reingerannt. So wie Sam auch sagt. War mit Essen. Die ganze Torte ist jetzt im Wasser. Die kann man auch essen. Das Wasser hat nur so eine grüne Farbe... ...Lebensmittelfarbe. Okay. Ich glaube, wir brauchen mehr Anweisungen. Dann versucht viel zu viel allein zu machen. Ich glaube, einfach immer rüber, links, rüber, rechts. Mehr machen wir nicht. Ja, aber wir sollten schon kommunizieren, was wir gerade machen. Ich weiß, dass ich mal schön zutatouren soll. Wo wir jetzt nichts dran sind. Oh, wie süß. Eine Kobi. Zehn von zehn. Wundervoll. Siehst du? Schon Mehl. Okay, ich hole wieder Mehl. So, ich bring jetzt gleich ein zweites Ei mit. Karotte, Honig. Ich hole einmal Karotte. Ich hole Honig. Kann entgegennehmen hier. Werfen. Ja, es muss jemand da stehen, sonst fällt es rein. Ja. Oder ich fahre mit, ich hole dich rein. So, so. Ja. Alles easy. Ich bring nochmal Honig. Fertig. Ah, Karotte brauchen wir einen Honig. Nee. Der muss in den Ofen. Ja, ich geh. Ich nehme den zweiten mit. Dann einmal Mehl, einmal ein, einmal hoch. Mehl, das ist zu früh. Mehl könnte die Schüssel direkt oben auffüllen, wenn die rauskommt. Okay. Äh, kümmerst du, ich, äh, nimmst du den, genau. Und ich komme, äh, hinterher und hole gleich den zweiten Teller, hol den zweiten Kompon. Kuchen. Nee. Nee. Wirklich. Wir müssen eher sehen, dass wir uns noch einen Teller da oben hinstellen, weil wenn wir zwei Kuchen am Anfang haben. Ah ja, da müssen wir gucken, was wir machen. Alter. Ah, Glitch. Am Anfang, haha, man braucht nur 340 Punkte für drei Sterne. Jetzt? Nun. Ich hoffe, er ist schon da. Äh. Geil. Nee. Noch einmal Honig und einmal Mehl. Eigentlich können wir das doch wirklich hier rüberwerfen. Es ist halt nur mit Fang, scheiße. Ich hab dich noch rübergedrückt. Okay, muss halt einer hier stehen, der es fängt. Wenn zwei ganz links sind, einer oben, einer rechts. Das war so mein... Das wird eh nix. Die Runde müssen wir froh sein, wenn wir nicht ins Minus kommen. Wir könnten ein Neustart. Ich möchte auf. Wir kommen nicht ins Minus, aber in Neustart. Wir kommen nicht ins Minus. Und die Schüsseln, wenn die aus dem Ofen kommen, können ja direkt mit Mehl vollkommen werden. Da hat einer eingeschlagen. Fuck. Make Sam. Danke. Hast doch zwei Eier reingeworfen. Äh, nein. Nein. Nein, zweimal Mehl. Zweimal Mehl. Weil das zweite Ei war ich. Das kam erst noch. Ich dachte, du machst das vordere. Ich hab gedacht, du machst das hintere. Nein, warte. Ach, keine Ahnung. Ich hab das genauso gedacht, dass es so richtig ist. Das hintere habe ich ja auch gemacht. Wird jemand Schock gibt? Ich. Schock gibt es aber, glaube ich, nicht mehr. Wer hat's? Wirf! Es ist einmal, das Schock ist Pfannkuchen, das andere ist, äh... Gut, ich kümmere mich um den Pfannkuchen. Hm. Hm. Ich wünsche schon mal Eier für die nächste Portion. Ich stehe da jetzt für Honig. Achso, okay. Ich hol Honig. Einmal mit. Schnell, 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 schnell. Raus, ich hol einmal ein Möhrchen. Vielleicht schaff ich noch's rüber. Ach, komm, also das Rüberschen... Also das Hin und Her ist richtig beschissen mit dem Untergehen. So, ich bring nochmal Schocki mit. Ich hol die Karotte. Ich werf die Karotte rüber. Äh, das macht zu mir. Ich steh... Äh, wir brauchen jetzt erstes E-Den mit der Karotte. Äh, wir brauchen jetzt erstes E-Den mit der Karotte. Ja, genau. Ich brauche noch einmal Honig dann. Als erstes muss die... die Karotte raus. Und zu Honig? Okay. Ja, nicht alle gleichzeitig in ein und dieselbe Richtung laufen. Deswegen wollte ich wieder zurück. Äh... Da fehlt doch Honig. Kommt. Nein! Da haben wir wieder keine Teller oben. Das Schütze ist jetzt gebacken. Jetzt können wir da nichts mehr reinpacken. Nee, er kann... Nimm einer oben den Kuchen raus. Schaffst du. Zu spät. Ist halt echt dumm mit dem Untergehenden in der Mitte, ne? Hm. Ist unnötig. Ja. Das ist dann immer ein neuer Weg. Das ist halt, weil der Weg teilweise auch schwerer wird. Oder je nachdem, äh, wie er... Haaa! Ja, in der Falle, man. Das ist so ne, so, so ne fantastisch präzise Steuerung. Da wollen wir's mal so machen, wie mir der gesagt hat. Links zwei, oben eine, rechts. Kleiner. Machst du, wo sollen jetzt zwei hin? Links. Okay, ich bin's. Da brauchen wir jetzt einmal Schoki noch. Habt ihr Honig? Einmal Schoki und einmal Honig. Meta hat bringt den Honig. Mach mal. Fahre im Kuchen. Achso, Honenschuss. Dann muss er erst geschnitten werden, aber wir brauchen Schoki dafür, ne? Ich komm. Okay. Kommt hier der Honig hin? Stopp. Fremd. Kuchen fertig, nehmen sie mit. Brauchen wir? Schoki? Machst du was? Achso, das ist richtig. Entschuldigung. Aber ich hab Panik gemacht, find ich geil. Die haben doch Schoki mitgebracht. Wir brauchen dann auch... Könnten die Teller nicht einfach hier drüben spawnen, gleich die schmutzigen... Nein. Das ist ja ganz hoch. Nee, da drüben ist auch einer. Genau. Kommt der Honig da später drauf, oder was? Ah, nee. Beim dritten Versuch hat's dann doch funktioniert. Jetzt geh ich nicht rüber. Braucht ihr noch Schoki? Nee, ne? Nee, braucht noch einmal Mehl. Mehl? Ja. Achtung. Muss jemand da stehen müssen. Na gut, da, ne? Stehen geblieben. Sehr schön. So, das wird jetzt Kuchen, okay. Geh dann mit. Geh du dann. Ich fall da eh immer nur ins Wasser. Ihr habt ja noch einen Teller. Ist ja noch einen Teller mit, oder? Äh. Geht ihr jetzt. Das ist aber der Teller, den ihr dann eigentlich da oben malet. Wir haben jetzt erstmal nur Kuchen. Ich bringe das Kuchen dann gleich. Dieser Teller weg. Stell den Hinks in dem. Äh. Raus. Ne, lebt mir jetzt generell hier unten erst mal einen einzelnen Beutel gebraucht. Und nicht im... Dann nimm's raus. Das ist schon raus. So. Ne, das geht nicht. Du kannst nicht von E-M-Behältern einen anderen tauschen. Wir brauchen nur noch ein fertiges Gericht. Geht doch. Gutes. Honig brauchst du da noch rein. Ging's nicht. Ich hab's ja gerade versucht. Da hab ich die Teller ausgetauscht. Weitdruck machen. Sam, Honig. Ich hol gleich Mehl. Haben wir wieder irgendwas falsch gemacht? Oder warum müssen wir so Punkte wieder runterkommen? Ich hab keine Ahnung. Ja, weil's abläuft. Ach so, ja. Die versagten Gerichte. Mehl liegt da. So, der Karotten-Honig-Kuchen ist jetzt drin. Ich bringe dann gleich den Teller. Sehr gut. Oh, noch einmal Honig. Kann man herüberwerfen. Vier, drei, zwei, fünf. Wie viele Punkte brauchen wir? 340. Äh, nur 340. Ja, gut. Easy. Zum Glück hab ich den scheiß Kuchen mal rausgegeben. Aber jetzt, wir brauchen nur 10 in der Combo. Das war echt mit der beschissenste Level bisher. Warte, das stimmt. Nein, wir brauchen... Das war nicht neben der Combi, oder? Oh, das kann's wirklich nicht. Das würde bestimmt einfacher werden, wenn man da zu 10 stehen würde, Klappa. Haha, nein. Nee, 20. 20, 5, besser, Xam. Ja, nein. Jetzt hätte man Teleporter brauchen können. Immer weiter in Space. Ich hab Angst. Echt so. Oh, da kann man nichts anfahren. Gibt's denn oben ein ähnlichem? Obwohl der Space-Level bisher mit unserer Bester war. Äh, ich seh Honig, ich seh Mehl. Wir müssen viel Kuchen oder Pfannkuchen machen. Das Level ist ein großer Badespaß. Wir müssen wieder beides machen. Da ist sowohl Ofen als auch Pfanne. Und wieder Knöpfe drücken. Yay. Mehl. Wie kommt man... Ach, die Eier kommen über das... Ja. Oh, holy boli. Was heißt das? Ich komm mit dem zweiten Ei. Ach, das sind auch noch Knöpfe. Nein! Nein, jemand... Oh Gott, sei Dank. So, Schoki, wo ist Schoki? Da ist Schoki. Honig ist geblasen. Ja, aber nicht reinpacken. Was ist der Grund, dass man die Knöpfe gedrückt hält? Grün. Ja, aber wir brauchen Schoki. Ja, wir brauchen Schoki. Äh, du hast mir noch nicht geklautzt. Ja, aber... Ich seh, den Schoki nicht mehr. Äh... Ist der Ofen? Sehr gut. So, das mit Schoki kommt in Pfanne. Ach, das ist wieder Backen. Das ist Backen und beides. Teller? Teller? Oh, links. Wo kommt's raus? Rechts. Kann direkt raus, ja. So. Äh, wo haben wir den nächsten Teller? Da. Wir müssen regelmäßig die Knöpfe drücken. Immer, wenn die sich verfärben. Ist der Hemd. Jetzt kommen die Sachen nicht herher. Schoki, wo nicht? Haben wir hier noch? Ja, rein. Sehr schön. Haben wir. Wer muss dann in den Ofen? Okay, der mit dem Schoki geht in den Ofen. Das mit dem normalen geht in die Pfanne. Okay. Pack's dann in den Ofen. Äh, ich spüle. In der Pfanne. Wollte ich gerade auch mal. Schnelles Spunnen. Knöpfe drücken. Wo liegen wir die Teller hier? Ja, sehr schön. Danke. Der darf noch nicht raus. Braucht den Kuchen. Äh, erst oben der... Gut. Kuchen. Gut. Traumhaft. Äh... Honig liegt nochmal hier unten zum Schneiden. Nee, du musst du. Äh... Der Honig, der muss... Das muss nochmal... Den ist nämlich gleich hier. Dann kommt da der Honig mit rein. Der Honig geht dann in den Ofen. So. Teller haben wir. Ich hole den da unten. Nee, Meta, kannst du hier lassen. Okay. Woll ich mir? Ich bin raus. Achso, du brauchst das für den Ölvieh. Äh... Erst erstmal wieder ein Mehl. Wo ist die erste zweite Pfanne? Entschuldigung, Meta. Kein Ding. So. Mehl brauchen wir? Äh... Schoki brauchen wir. Drücken auch. Du kannst gerade nicht drücken, bitte. Ach, wir haben Gerüstes. Der Vorteil, wenn man den Knopf nicht... Die nächsten zwei Gerüste sind dran. Äh... Schoki muss in die Pfanne. Das andere muss in den Ofen. Äh... Pfanne ist drin. Clam schmeißt den in den Ofen. In jeder Seite. Gut. Einmal Ei kann schon dort hoch. Ich nehm das zweite Ei. Und liefere schon mal ab. Äh... Backofen ist fertig. Hab ich. Ich mach... Können wir mich schon beschissen? Genug... Ah, ja, ja. Mehl, Hamper, Schoki und... Äh... Honig. Einmal Schoki kommt. Da auch noch kommen. Einmal Schoki holen. Ich habe das hier. Äh... Ich komme gerade nicht an Schoki ran. Reinpacken. Verlaugung noch drücken. Danke. Beides muss in den Ofen. Honig kommt. Platz. Ich schicke den Dampf gleich. Raus. Check ich noch. Hier. Willst du nämlich den zweiten Mehlbehälter? Es ist E-Enter. Hm, dann Ei. WC-Enter? Es ist E-Enter. Es ist B-C-Enter. Das Level war cool. Ja, da hätte ich die Combo zählen müssen. Und jetzt hast du gesagt, braucht man eine 7er Combo an dem 4ten? Äh, ja. Mit der 8er Combo. Mit der 7er Combo. An die 7er Combo. An die 7er Combo. Das ist ja kein Thema. Level 6, 12, 4, 7er Combo. Das heißt, wir machen genau 7 Gerichte und hören dann auf. Dann müsste es ja passen. Ja, wahrscheinlich die. Bitte einfach keine. Ja, das ist okay. Luft ist okay. Das ist okay. Ist alles auf einem. Das verweigt mich alles. Ich sag's dir. Und das stürzt ab. Gott sei Dank. Ja, Wind. Wind jetzt wahrscheinlich. Der uns durch die Gegend pust. Was muss man machen? Burger. Pust? Burger und Pizza. Hm, hier sind Schalter. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr ungeheuer. Das machen die. Achso. Oh mein Gott, nein! Da hab ich auch gesagt. Das ist besser. Ciao. Was brauchen wir jetzt? Tomate, Käse? Okay, Tomate, Käse. Und wo ist das auch schon gemacht? Warte, ich föl die Tomaten rüber. Wo ist der Teig? Das ist dann die Teller mal hier, oder? Äh. Teig, warte. Bin ich wieder da. Oder machst du? Ach scheiße. Tomate mach ich. Kack, Dreckspizza schon wieder. Alles klar. Teig, wer macht. Teig nicht auf den Teller, ne? Hab ich. Teig ist hier. Der muss geschnitten werden. Der muss geschnitten werden. Der Teig. Äh, für die nächste brauchen wir dann Wurst, Tomate, Käse. Ja, Wurst ist hier oben schon. Dann muss doch Tomate und Käse. Warte, ich mach Tomate. Äh, Tomate bin ich gerade dran. Ah ne, hast du schon. Käse. Tomate, jetzt brauchen wir nur noch Käse, dann ist die nächste auch schon. Dann, äh, Burger mit, nur mit Fleisch. Wurst, der Ofen. Entschuldigung. Kein Ding. So, vielleicht, äh, ein Dingens hab ich. Burger. Burger, gut. Der da. Erste Pizza ist raus. Erste. Nee, Meta, das war, ich brauch einen Teller. Meta, das war ungünstig. Ja, das ist ungünstig. Also kannst du trotzdem rausnehmen. Ich spiele hier einen. Ohne Teller kann ich die nicht rausgeben. Doch. Nee, rausnehmen. Dann kann ich die auf den Teller drauflegen. Nein, aus dem Ofen eigentlich. Ja, ich brauch trotzdem einen Teller. Ja, weiß ich. Ich brauch einen Teller. Tief, Mann. So, als nächstes Burger mit Salat, Fleisch und Käse. Nur Burger, Fleisch. Achso, ich bin da. Nee, den, äh, ist dann gerade am rausschicken. Ja, Salat und Burger, Fleisch ist schon fertig. Äh, gut. Brötchen oben, ja. Ich hol Käse, die anderen hol Brötchen. Okay. Käse haben wir auch schon. Brötchen drauf. Käse drauf. Meta, das Käse nach Hand. Achso, das sah aus, als wäre er schon. So, der nächste wird einen Burger. Burger hab ich. Nur mit Fleisch. Tomate und Salat ohne Käse. Tomate geschnitten. So, dann als nächstes. Mach den Burger fertig. Pizza mit Tomate. Tomate mach ich. Tomate machst du, dann kümmere ich mich um den Käse. Äh, ich mach... ...nichts. Komm, mach den Keller. Das ist bei der ersten Ding. Nochmal ne Pizza? Recht ist der Teil. Ja, nochmal Pizza. Wir brauchen nochmal... Diesmal Pizza mit Hühnchen. Pizza mit Hühnchen. Was? Nimm ich. Ich nehm das Hühnchen und brate es. Muss das vorher gebraten werden, oder kann das direkt drauf? Äh, Pizza, Käse, äh, Tomate ist fertig. Ich probier's direkt drauf zu machen. Ich glaub, du hast gebraten werden. Haben wir hier schon den Teig? Ja. Gut, dann als nächstes wieder Burger. Okay, geht direkt drauf. Muss nicht gebraten werden. Ja, ich bin runtergefallen. Wer weiß. Äh, das Hühnchen... ...Burger. Einmal alles, oder was? Burger. Ohne Burs. Äh, Fleisch. Nimm den Teller gleich. Ja, Pizza braucht man den Teller, ne? Dann, ja. Ich hab schon das Fleisch... Fleisch haben wir hier schon. Okay. Wir brauchen aber noch mehrmals. Das war jetzt... Gut, dann machen wir das so. Äh, Salat, Tomate. Ich nehm die Tomate, Meter als Salat, oder er nimmt jetzt was? Ja, nehm die... Meter fällt. Ich fälle, ich fälle erst mal. So, und einfach nur den Burger raushauen. Das krieg ich ja noch hin. Und raus. Genau. Äh... Das war's. Ach, das war's, gut. Keine weiteren Wünsche mehr von gestern. Pizza Hühnchen, nehm ich vier, danke. Wie viel brauchen wir? Sieben. Acht. Ne, sieben. Ja, stimmt, sieben. Und wie viel hat man? Acht. Ach, Gott. Easy. Einmal Dab links, einmal Dab re... Alter. Äh, links, rechts, einmal Dab re... Ist das dann sozusagen ein Dippity-Dab? Ne, das ist nur ein Dipp-Dab. Dab-I-Dab. Aha, Dipp-Dab. Ein Dipp-Dippity-Dab ist, wenn du in der Mitte auch noch deppst. Ah. Der Kalte will viermal Pizza Hühnchen. Das hat aber nur einer bestellt, ne? Oh nein. Du willst direkt das Schwere machen. Ja, hau rein. Okay. Oh mein Gott. Ich sehe, ich sehe viel zu viele Laufbänder. Dünsten und wir sind aufgeteilt. Geh rein. Und alles kommt über Förderbänder. Alles. Ja, geil. Sehr schön. Aber es gibt keine Knöpfe. Nein. Und wir haben offene Küche. Jeder kann reingucken. Wir haben offene Küche. Jeder kann reingucken. Ja, aber wir können nicht zwischen den Seiten wechseln. Alles klar. Ja. Ach, das ist ja nur Fisch und Fischmehl. Aber wir haben fast alles auf der Seite. Nice, getrennte Bereiche. Nice, ich bin bei Dan. Wir brauchen erstmal Fisch zum Dünsten. Achso. Bin dabei. Ich hab mir die Karotte, wenn sie kommt. Die Karotte ist schon drin. So, Fisch dünstet. Achso. Sam, warum lässt du das Mehl durchgehen? Wir brauchen Mehl und Karotte. Ja, ich hab's gerettet, davon dass es klingt. Ja. Achso. Wir können damit nämlich nicht... Sam! Oh, ich hab Angst. Ach, wir können damit nix machen. Weil wir keiner... Denkst auf jeden Fall. Äh, wer richtet... Wer gibt von euch beiden raus? Ich hab was zum rausgeben. So, als nächstes... Shrimp geht grad weg. Ach, das machen die beiden da drauf. Das ist ein paar Mehl. Achso. Auf. Nein. Sam, das war nicht so schlau. Was passiert? Er hat den Mut einfach gefeiert. Das ist es? Nein, nichts ist passiert. Es ist fertig geessen. Ich hab nicht den ganzen Korb mit dem fertigen Essen in... Was? Nein, nein, das ist nicht... Mit dem gesamten Korb? Mit dem gesamten Korb. Der Kalter sagt... So, als erstes Karottemehl. Dann Shrimpmehl. Kalter sagt, er wirft... Kommt in die Küche und wirft eine Bananenschale vor meine Füße. Findet ihr das gut? Gib mir das Mehl. Dann Fleischmehl. So, wir haben das, 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 das. Okay. Passt du. Ja, mach schon. Sam? Polot ist mir egal. Sam, am besten nicht mehr den Töpfen da draufstellen, sondern nach Möglichkeit hier gleich anrichten. Wer von euch beiden gibt raus? Ja. Flash. Sehr gut, dann. Sam, was stehst du da oben auch in der scheiß Ecke? Mach mal neu. Das ist ein Kevin-Level. Kevin-Level. Du stehst direkt vor mir. Ich hab's nicht realisiert, ich war schon... Alles klar. Alles gut. Soll ich das Essen annehmen? Bei mir gibt's gleich echtes Essen. Hast du Hunger? Ja, natürlich. So, Mehlkarotte, Mehlfleisch. Wir machen beides trüb. Hm. Alter, das geht sehr gut. Top-Koppen. Ja? Mehl brauchen wir. Krott, ist schon. Sam, warum hast du den Fisch? Ja, nimm ihn raus. Weil der vorher fertig wird. Warte, ich nehm's direkt. Mir fehlt noch Mehl. Noch Mehl. Ja, hast du doch eine Hand. Hä? Was macht ihr da für ein Quatsch? Schade-Gemisch, boah. Ihr wollt auf den Förderbändern-Mixern. Ist das euer Ernst? Ja, wo willst du's sonst packen? Überall anders. Noch mal von vorne. Äh, ich würd jetzt erst mal Essen gehen. Ja, lass Sam erst mal Essen gehen. Ich muss eh mal Pipi. Das dauert nicht so lang bei mir. Ja, melde das einfach. Wir gehen so lang trotzdem offline. Ja. Kann ich dann mal in Butt-Mooden reingucken. Kein Stress. Esst gemütlich. Alles gut. Dann bis gleich. Bis später. Ciao. Bis dann. Ciao. Oh. Gut. Gut. Gut.